willkommen zurück so wir sind hier auf der eis insel und müssen ein stück vom splitter finden ja ich bin gespannt ob wir schaffen werden was ja 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 Scheiße. Alter Falter. Oh, nööö. Was denn jetzt? Oh, nööö. Oh, nööö. Oh, nööö. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Dann bleiben wir erstmal hier unten in der Gegend Phantom Rüstung Diese aus den Knochen von Phantom hergestellte Rüstung bietet auf dem Schlachtfett einen schrecklichen Anblick den Knochen von Phantom hergestellte Rüstung noch mal dieselbe rüstung bisschen schwächer oder so keine ahnung und nur bine wo ist das hier also so wir sind von daher kommen dann kommt nicht mehr hier latschen hier ist keiner mehr okay das gefällt mir gar nicht guck mal das ist es schon oh man dann wird das andere sicherlich ohne falle sehen okay ja 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 Was war das denn? Was war das denn? Okay, da müssen wir nicht langen, dann gehen wir als erstes hin. Hoffentlich wieder mit der Truhe als Belohnung. Ich komm nicht weg! Nichts! Das ist ja mal enttäuschend jetzt, aber gut. Oh, dass man dann so langsam wird, ey! Okay, ich glaub dann haben wir die Ecke auch. Oh, okay, no! Oh, okay! Oh! 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 Das war's. Ich glaube, hier müssen wir sogar lang, ne? Ja, okay, dann gehen wir da noch nicht hin. Ich dachte, hier oben wäre der offizielle Weg. Scheiße. Ich dachte, ich schaffe es noch. 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 Okay. Okay. Oh, unseren Bogen können wir einfach momentan nicht toppen. Okay. Vor allem haben die alle weniger Kraft. Ich meine, dafür mehr Munition, ja, aber... Na gut, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal wieder ein Päuschen spitze. Bedanke mich, bis denn her.